Hallo meine lieben Aktienfreunde, die Tesla-Aktie fällt gerade, man sieht es hier, gestern ging es um 12% nach unten und jetzt hier im vorbörslichen Handel nochmal um 1,3%. Kann gut sein, dass die 1000 US-Dollar-Marke geknackt wird, aber eben nach unten, hier läuft auch schon Tesla, überall Tesla, Tesla, Tesla. Und ich glaube, viele Leute, die noch an der Seitenlinie stehen, die fragen sich jetzt hier bei der Dip, Fear of Missing Out, bedienen sozusagen, deshalb denke ich, dass das Video auch recht gut getimt ist. Ich selbst bin long in Tesla, habe schon das ein oder andere Video zu Tesla gedreht, Tesla ist meine mit Abstand größte Position sogar in meinem großen privaten Depot und ich veroptioniere auch Tesla. Ich habe jetzt auch gerade momentan 13 Kontrakte laufen, es geht über 1300 Tesla-Aktien und wir gucken uns jetzt mal Tesla an, einmal so ein kleines Tesla-Roundup sozusagen und am Ende so ein kleines Fazit für wen die Aktie geeignet ist. Genau, mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber vom Aktienfinder. Ja, lange Zeit, ich habe der Tesla von der Seitenlinie auch anfangs beobachtet, als er mir noch zu riskant war, mein Sprüchlein, der eine oder andere wird es kennen, war damals hier so Pleite oder Weltherrschaft. Und die Pleite ist ja nicht gekommen, da ist jetzt nur noch quasi die Weltherrschaft übrig und das Szenario, das ich hatte, war ja bei Aktien wie bei Tesla, die fundamental relativ schwer zu beurteilen sind, vor allem so die Zukunft und die Bewertung, das ist schwer zu beurteilen, fundamental. Da braucht man ja immer so ein Szenario und ich habe halt gesagt, okay, die sind ein Startup und ein Startup, das einen bestehenden Markt, also den Automobilmarkt quasi aufrollt und diejenigen, die alten Platzhirsche, die werden große Probleme haben mit der Umstellung. Und das sieht man jetzt auch beispielsweise an Volkswagen, wo es sein kann, dass Herbert Dies nicht mehr lange Aufsichtsrat, nein, nicht Aufsichtsratvorsitzender, sondern Vorstandsvorsitzender ist, weil er Tesla nacheifern möchte und jetzt halt große Widerstände sieht, um eben vom Unternehmen, vom Verbrenner-Zeitalter zum Elektromobilitäts-Zeitalter zu überführen und entsprechend produktiv zu werden und mit Volkswagen, nicht mit Volkswagen, sondern mit Tesla mithalten zu können. VW braucht ja die berühmten 30 Stunden, um ein Auto zu produzieren, Tesla macht es in 10 Stunden und Tesla ist halt operativ extrem stark. Also da kommen zwei Sachen zusammen, zum einen die Vision und dann noch die Durchführung, also die operative Stärke und das Auto bei Tesla ist quasi neu erfunden worden, so wie früher das Mobiltelefon von Apple quasi neu erfunden worden ist durch Smartphone. Und es gibt so viele Sachen, die Tesla halt jetzt quasi als Vorreiter gemacht hat, die entweder schon existieren oder die quasi in der Pipeline sind. Over-the-Air-Updates, also wenn man nicht mehr zur Werkstatt gehen muss, Bedienung über Apps, wo du dann zum Beispiel Benutzerprofil einrichten kannst, das soll glaube ich bald kommen. Das heißt, egal in welchem Tesla du bist, du kannst den immer so wie dein Tesla schon in Windeseile konfigurieren lassen, weil du eben Benutzerprofil hast. Kannst dann auch Carsharing machen, gibt es natürlich entsprechend unterschiedliche Benutzerprofile. Man muss die Extras nicht mehr vor dem Kauf, mehr oder weniger verbindlich auswählen, wie man das Auto konfiguriert. Man kann Extras freischalten per Software, wenn du diese autonome Fahren mit Robotaxis und so weiter und so fort. Also da ist so viel Neues drin in so einem Auto, wie man es sich vorher eigentlich so gar nicht vorstellen konnte. Und wir haben halt, die Umsetzung ist halt verdammt gut. Das fängt beim Fabrikbau an. Wenn wir in Shanghai, da wurde eine Fabrik hochgezogen, eine Gigafactory im Zwölfmonatsrekordzeitraum. Wir haben jetzt wieder einen anderen Rekord, den Produktionsrekord, trotz Lieferengpässen. Wir haben gesehen, wie gut Tesla mit dem Hardware, mit dem Chipmangel zurechtkommt, dass sie die Chips, also dass sie die Lieferanten relativ gut austauschen können, dass die Anlieferanten aber auch mit Tesla besser zurechtkommen, weil die einfach modernere Hardware bestellen und nicht hier auf uralt 200 Millimeter Wavern oder so ihre Chips produzieren lassen, dass dann die Lieferanten nicht wieder auf alte Hardware quasi umrüsten müssen und es dann auch ungern machen, sondern dass eben schon modern produziert werden kann für Tesla, dass Tesla dann aber auch selbst gegen die Hardware programmieren kann. Das zeigt auch nochmal diese vertikale Integration in dem Beispiel, was wirklich sehr gut ist und da eben definitiv von Vorteil war und ganz am Ende halt auch dazu führt, dass sie halt ein Auto in 10 Stunden fabrizieren und nicht 30 Stunden brauchen wie bei VW und auch Stichwort Programmieren, da ist ein Dojo-Supercomputer mit AI, mit dem riesen Datenvolumen auch, was die haben, was dann auch zu maßgeschneiderten Versicherungsangeboten, wo sie dann quasi horizontal sich entwickeln beim Geschäftsmodell, was dann da rein mündet, auch wenn es vielleicht ein bisschen aus Not geboren ist, weil Tesla-Versicherungen oft teurer gewesen sind, teurer sind als klassische Automobile, aber sie nehmen dann die Herausforderungen an und meistens die dann auch, weil die Gigapresse jetzt, wo man dann viele Einzelteile einsparen kann und auch nochmal die Produktionskosten zu reduzieren, die dann auch kommen, das wird dann auch in Berlin-Grünheide eingesetzt werden und da läuft alles sehr viel, der Track-Rekord ist super und das bezieht sich aber auch auf SpaceX, Starlink läuft das soweit auch, da fliegen ja auch schon tausende Satelliten im niedrigen Orbit, also es läuft einfach ziemlich gut, muss man sagen. Und wir haben jetzt dann auch stark steigende Kurse gehabt und interessanterweise, obwohl die Quartalszahlen gut waren, wie ich fand, kamen die erstmal gar nicht gut an, nachbörslich ist die Tesla-Aktie ja sogar gefallen, kann ich mich gut daran erinnern, habe ich verfolgt und erst dieser Herz-Deal ist irgendwie dann der Katalysator gewesen, so habe ich das mitbekommen, dass dann die Aktie wirklich durch die Decke gegangen ist und da gab es dann auch verschiedene Theorien, warum jetzt die Aktie so durch die Decke geht. Der Herz-Deal, das war so ein bisschen Brand-Awareness gewesen, 100.000 Autos werden jetzt auf einen Schlag bestellt, Elon Musk hat getweetet, deshalb verkaufen wir nicht ein Auto mehr, wir sind quasi kapazitätslimitiert, unser Problem ist es angeboten, nicht die Nachfrage, aber es bringt natürlich schon was, die können ja dann die Margen erhöhen, das haben sie auch in den USA jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, Herz kriegt ja auch keinen Rabatt, weil einfach das Auto so stark nachgefragt ist, ich hoffe, das wird nicht zu Unmut führen bei Endkunden, wenn es dann so wie in der DDR ist, dass sie halt so lange warten müssen wie auf den Trabi, aber da muss man halt mal schauen. Es sind ja zwei Fabriken, zwei neue im Bau und die Kapazitäten auch in Shanghai werden ja auch weiter ausgebaut, aber sie werden jetzt erstmal nicht ein Auto mehr deshalb verkaufen. Aber wie gesagt, es hat zur Bewusstseinsbildung nochmal geführt, denke ich, dass das hier eine große Sache ist. Und dann haben wir noch diesen sogenannten Gamma-Squeeze, der auch immer mal wieder ins Feld geführt worden ist, das heißt, Call-Optionen wurden gekauft und die Market Maker, um sich abzusichern, mussten dann Tesla-Aktien kaufen, die sie gegebenenfalls auch ausliefern können. Wie viel es jetzt tatsächlich dazu beigetragen hat, das weiß ich nicht. Short-Squeeze wird jetzt weniger die Ursache gewesen sein für den starken Kursanstieg. Das war beim alten Kursanstieg 2019, 2020, denke ich. Das war da aber ein starker Fall. Jetzt ist die Leerverkaufsquote relativ schwach mittlerweile. Ich kann mir gut vorstellen, das kommt jetzt aber von mir, dass ETFs, die physisch sozusagen den MSCI-Wert nachbilden, dann natürlich dann auch immer wieder Tesla-Aktien nachkaufen müssen, wenn Tesla stärker gewichtet ist, dann im MSCI-Wert. Das wird bestimmt auch noch einen Grund haben. Und aktive Fonds habe ich bei Bloomberg gelesen, dass da viele Fondsmanager jetzt, die auch lange Zeit an der Seitenlinie standen, ebenfalls von dem Fear-of-Missing-out-Syndrom befallen wurden. Das betrifft ja nicht nur Privatanleger. Und jetzt ebenfalls dann halt in Tesla stark eingestiegen sind, um nicht halt die ganze Zeit an der Seitenlinie zu stehen und sich dann halt nachher vorwerfen zu lassen, warum bist du nicht dabei gewesen, kam man da auch noch rein. Also quasi ein ganzes Bündel an Gründen, die dann dazu geführt haben könnten. Sie haben dazu geführt, dass da die Tesla-Aktie relativ stark gestiegen ist, sehr stark gestiegen ist, bevor jetzt die Aktie wieder korrigiert. Interessant ist aber, wenn wir jetzt den Kursanstieg mal anschauen, wir haben hier im Aktienfilter so eine Watchlist gemacht und dann sieht man erst mal klar, man weiß es, die Marktkapitalisierung von Tesla ist größer als die Marktkapitalisierung aller anderen Automobilhersteller der Welt zusammen, sogar um ein Vielfaches. Ich würde mal sagen, vielleicht Faktor 2, Faktor 3, ich habe es nicht ausgerechnet, fast eine Billion Euro Marktkapitalisierung, war auch mal drüber, bevor dann eben der Kursdämpfer kam. Nummer 2, Toyota, Nummer 3, Build Your Dreams und dann sehen wir hier die Performance in den letzten Monaten. Da ist interessant, da ist auf einen Monat bezogen, also auf die letzten 30 Tage, nicht auf den Oktober, die Ford Company besser performt hat als Tesla und dann kamen Tata und BID auf die letzten 3 Monate bezogen, hat Tata am besten performt und dann kam Ford und dann kam erst Tesla, also wieder ein Tesla auf Nummer 3, auf die letzten 6 Monate bezogen, ist Tesla sogar auf Nummer 4 abgerutscht. Da haben BID, Ford und Tata deutlich teilweise besser performt als Tesla, BID hat ungefähr die doppelt, also doppelt so hohe Kursgewinne erzielt auf 6 Monate bezogen als Tesla und da muss ich schon auf 5 Jahre, also ein bisschen länger zurückgehen, sage ich mal, damit man dann sieht, okay, Tesla ist doch ein 10-Backer und die haben doch ganz schön was an Performance geholt und das ist, denke ich, aber schon ganz interessant, also insofern auch, dass man zum Beispiel hier relativ oft gesehen hat, dass Tata weit vorne ist, sie würden sich also auch mal lohnen für eine Aktienanalyse. Wenn man jetzt Tesla mal anschaut, so ein bisschen hier fundamental im Qualitätscheck, im Aktienfinder, dann sieht man schon, wie unheimlich stark die geworden sind, wie sich das entwickelt hat, wir hatten jede lange Durststrecke, beispielsweise beim Gewinn, auch beim Cashflow, die operativer und vor allem Free Cashflow, wurde lange Zeit Geld verbrannt und jetzt ist man quasi positiv, und geht dann mehr oder weniger dann hier die Post ab, auch beim Gewinn. Das ist dem Umstand zu verdanken, dass wir zum einen stark steigende Umsätze haben, die steigen aber schon länger relativ stark und es wurde auch lange Zeit überhaupt nicht gewürdigt vom Aktienmarkt, dass die Umsätze gestiegen sind, insbesondere von 2013 Spätjahr bis 2019. Spätjahr hat sich überhaupt nichts getan, sechs Jahre lang, obwohl sich die Umsätze in dem Zeitraum verzwölffacht haben, ist der Aktienkurs vor sich hin gedümpelt, zeitwärts, weil halt das Tesla ein extrem riskantes Investment war und es hat noch der steigenden Margen bedurft, damit dann tatsächlich der Markt sieht, okay, dieses Unternehmen ist tatsächlich viel wert, also wir hatten 2013, wir hatten also lange Zeit, auch schon vor 2013 noch länger, immer negative Margen gehabt, die waren sogar noch 2018 negativ aufs Jahr bezogen, erst dann 2019 ganz leicht hauchdünn positiv und jetzt dann operative Margen von 6% auf die letzten zwölf Monate bezogen, sogar auf die letzten vier Quartale bezogen, sogar 9,5% und hier sieht man, wie dann immer weiter steigen sollen, kann man hier reinzoomen, da sieht man das Ganze noch viel besser hier, wie die Margen schön steigen und ich habe nochmal geguckt, die Margen mittlerweile von Tesla sind schon relativ im oberen Mittelfeld, es gibt jetzt nur vier Automobilhersteller mit noch höheren Margen, Ferrari hat die mit Abstand höchsten Margen, ist auch nicht ganz billig das Auto, dann noch Volvo, BMW und Toyota sind noch vorne und vermutlich wird Tesla relativ bald an Nummer 2 sein hinter Ferrari, was die Margen angeht und das ist natürlich hier schon ein Zeichen von dieser operativen Stärke des Unternehmens. Das hier, die Bilanz ist auch ein Zeichen der operativen Stärke des Unternehmens, insbesondere wenn man mal guckt, wie liquide Mittel und Schulden sich entwickelt haben, hier die Schuldenquote geht nach unten, das heißt, die Schulden werden zurückgeführt und die liquiden Mittel, die werden immer größer und Tesla-Konte könnte jetzt seine kompletten zinstragenden Schulden hier unten, die noch in der Bilanz stehen, in Höhe von hier, 10,1 Milliarden quasi nur mit den liquiden Mitteln hier tilgen in Höhe von 16,5 Milliarden ungefähr, wo auch ein paar Milliarden oder eine Milliarde oder ein bisschen mehr an Bitcoin dabei sind und es ist auch, wie gesagt, in der Bilanz zeigt sich die operative Stärke ebenfalls und haben wir hier die Anzahl ausstehender Aktien auch interessant, weil normalerweise werden Aktien ausgegeben, wenn man mehr Kapital braucht, Tesla braucht jetzt kein Kapital mehr, aber von 2019 auf 2020 und auch in den letzten Monaten, neun Monaten bezogen, hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht, hat auch mit Elon Musk zu tun, der ja kein offizielles Gehalt bekommt, das heißt, der verdient ja kein Geld offiziell, der kriegt ja immer, aber er verdient sein Geld quasi in Form der Aktien und hat ja auch den lustigen Tweet gemacht, ob er 10% seiner Aktien verkaufen soll, damit er auch mal in Genuss kommt, Steuern zu zahlen und quasi was Gutes zu tun für die Allgemeinheit, also nicht nur die Welt retten über sein Geschäftsmodell, sondern auch die Welt retten mit Steuerzahlung sozusagen und die Twitter-Community hat ja abgestimmt mit 57%, ich habe übrigens auch abgestimmt, für ja, mit 57%, dass er die Aktien noch verkaufen soll und das war dann auch der Auslöser für den Kurssturz hier. Ja, für den Dip, den man jetzt vielleicht kaufen kann, da kommen wir jetzt noch dazu und das ganz Schwere ist natürlich dann die Bewertung von Tesla, weil Tesla lässt sich jetzt nicht so einfach bewerten wie ein klassisches Qualitätsunternehmen mit stabil steigendem Gewinn, schon aus der Vergangenheit kommend. Bei Tesla sieht das Ganze ja relativ wild aus. Da haben wir hier die extrem lange Verlustphase, so muss man logarithmisch den Chart, hier sieht man nochmal die lange Seitwärtsphase hier von Tesla, dass der Aktienkurs also lange Zeit mehr oder weniger seitwärts rumgedümpelt ist von 2013 Spätjahr bis Spätjahr 2019, also sechs Jahre lang, obwohl sich die Umsätze schon vervielfacht hatten und erst dann ist die Aktie durchgestattet. Wir sind aber hier nochmal in der Konsolidierungsphase jetzt, nachdem die Aktie mal richtig schon fast an die 900 Dollar kam, eine relativ lange Konsolidierungsphase und jetzt geht es halt entsprechend wieder aufwärts und jetzt haben wir wieder eine Korrektur. Und wenn man sich mal hier die KGVs anschaut, das ist einfach mal so zur Verordnung, wo wir stehen, das sieht man hier vielleicht auf den, nehmen wir erstmal die KGVs hier, dann sieht man Tesla, also hier einfach ganz oben, alles dreistellig, jedes Multiple ist dreistellig, auch immer bezogen auf den letzten Iststand, letztlich vier Quartale, auf den operativen Cashflow bezogen, Multiple von 115, alle anderen höchstens mal 36 bei Porsche, wobei man ja auch immer gucken muss, ob das tatsächlich repräsentativ ist, kann man gucken, indem man hier reingeht, dass man den operativen Cashflow anguckt, alles andere mal wegmacht, ja, kann man schon sagen, ist repräsentativ. Also Porsche hat ein relativ hohes KGV, Ferrari auch, BID auch, aber die klassischen Automobilhersteller, die jetzt keine sehr hohen Margen haben, oder die BID, die auch eine relativ tiefe Wertschöpfungskette haben und auch horizontal gut dabei sind, wie jetzt die Klassiker, wie Daimler, BMW, Volkswagen, und die haben KCVs, sind also sehr, sehr niedrig, irgendwo zwischen zweieinhalb und vier, also extrem niedrig und andere sind auch im einstelligen Bereich bewertet und dann hat Tesla hier plötzlich mit 115, natürlich schon extrem. Bei den KGVs ist es ähnlich, also hat man hier KGVs oft im einstelligen Bereich, ein bisschen zweistellig, auch hier wieder BID, Ferrari, Geely, die agilen und die mit extrem hohen Margen und Tesla halt, je nachdem, ob man bilanziert und bereich einen Gewinn nimmt, zwischen 200 und 330, also quasi eine ganz andere Welt, ja, und da muss man jetzt halt wirklich hingehen, Service auch einige YouTuber und so weiter machen und sich dann eine Excel-Tapete bauen und sich dann überlegen, wie dann Tesla mit dem aktuellen Preiskurs in die Bewertung hineinwächst, was natürlich schon relativ aufwendig ist, kann man hier mit einer Bewertung für stabile Qualitätsaktien, wie im Aktienfinder, so nicht hinkriegen, das sage ich jetzt ganz ehrlich, da kann man sich halt die Kurse angucken und dann natürlich auch die Prognosen, kann man das auch dann für sein eigenes Excel benutzen und man sieht auch hier die Schätzungen, wie extrem die abweichen, wenn man jetzt die Extremschätzung hat, hoch und tief, aber beim Bereich Gewinn, da ist alles dabei, zwischen 4 US-Dollar und 12 US-Dollar 60 und dann gibt man natürlich hier noch die Konsensschätzung ausgegeben, für den bilanzierten Gewinn haben wir eine ähnlich fantastische Spanne und für den operativen Cashflow, da ist es relativ eng, da ist es relativ eng, das heißt, wenn man wirklich hingehen wollte und man würde die Aktie versuchen zu bewerten, mit der dynamischen Aktiebewertung, dann sollte man auf den operativen Cashflow ausweichen, weil der eine höhere, in Anführungszeichen, ja, Sicherheit hat, als der Gewinn und er ist schon relativ lang positiv, positiver als jedenfalls der Gewinn, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, auch wenn das jetzt halbwegs ordentlich aussieht hier, jedenfalls ordentlicher als das, was viele Analysten geschätzt haben, würde ich mal sagen, ist trotzdem stark mit Vorsicht zu genießen. Das ist eine Aktie, wo man ein Szenario braucht, ein positives Szenario, man glaubt ans Geschäftsmodell, man glaubt ans Management, man glaubt an den Markt, man glaubt an das Wachstum und dann will man langfristig dabei sein, das geht jetzt auch schon ins Fazit, wenn das alles zusammenkommt, das war auch bei mir der Fall, dann kann man reingehen und dann kann man auch die Kurskabriolen aussitzen, zum einen, oder gegebenenfalls auch sukzessive einsteigen, das würde ich hier auch raten, dass man sukzessive einsteigt und nicht alles auf eine Karte setzt und sagt, oh, jetzt ist die Aktie mal um 12% gefallen, jetzt gehe ich all in, die Aktie kann nochmal um 12% oder noch mehr um 20% fallen, also da würde ich raten, entweder mit Sparplan reingehen, tatsächlich, man kann die Aktie ja auch besparen, oder sukzessive Einzelkäufe und dann halt auch entsprechend an die Aktie glauben, das Depot diversifizieren, weil da kann was schief gehen, hohe Chancen, aber auch hohes Risiko, ein Risiko, ganz, ganz hohes Risiko natürlich in Form von Elon Musk als Kopf von dem Ganzen. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, wenn man halt relativ lang schon die Aktie im Depot hat, dann nimmt sie halt einfach mehr ein, im Depot und ist dann halt auch irgendwann übergewichtet, wenn man es nicht verkauft, weil man die Aktie auch nicht unbedingt verkaufen, weil man keine Abgeltungssteuer bezahlen möchte und man will da längerfristig vom Erfolg partizipieren. Das muss man halt auch jeder für sich entscheiden, ich lasse es einfach laufen. Gut, dann, das war auch im Prinzip schon das Fazit gewesen, also bei der Dip, wenn du überlegt hast, in Tesla einzusteigen, dann kannst du eh nie sagen und der richtige Moment gekommen ist, jetzt ja oder nein, dann würde ich sagen, fang einfach mal irgendwann an, in Tesla zu investieren, aber mach das Ganze sukzessive mit dem Geld, das du langfristig nicht brauchst, geh peu a peu rein und ja, dann lass sie einfach liegen und guck, was passiert und erfreu dich der hoffentlich positiven Nachrichten. Ja, in dem Sinne, schreibt mal unten drunter, unter die Kommentare, ob ihr Tesla-Aktien habt, ob ihr überlegt, euch die Aktie zu kaufen, ob ihr vielleicht jetzt tatsächlich nach dem Video einsteigt, wie gesagt, ist keine Kaufempfehlung, ist ein hohes Risiko dabei. Für mich hat es sich bislang gelohnt und wenn ihr auch Tesla-Aktien habt oder einsteigt, die Aktie kauft, dann drücke ich euch die Daumen, dass es sich für euch auch lohnen wird. Gut, und in der nächsten Aktienanalyse gehen wir mal wieder ein bisschen tiefer rein, und dann auch mit einer dynamischen Aktienbewertung, die man auch richtig verwenden kann. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.